Hallo und herzlich willkommen zu den RaiTV News. Heute beginnen im südpfälzischen Zeisskamm die deutschen Jugendmeisterschaften im Springen und der Tressur. Wir haben das Glück, dass sich zwei unserer Springreiter, Isabel Gerfer und Patrick Sandner, zu den deutschen Jugendmeisterschaften dieses Jahr qualifizieren konnten. Gemeinsam mit dem Kamerateam und Webstar Damiana werden wir die beiden am Wochenende begleiten und sie dabei natürlich ordentlich anfeuern. Seit letzter Woche haben alle RaiTV-Netzwerkmitglieder unseres YouTube-Netzwerkes die Möglichkeit, ihr Video in den Kategorien Dressur, Springen und Vertrauen für den RaiTV Videopreis einzureichen. Worauf die Jury ihren Besonderen Wert legt, erfahrt ihr auf videopreis.reitv.de. Außerdem startet morgen der dritte Teil unserer Diskussionsrunde. Welches Thema wir uns dieses Mal ausgesucht haben, erfahrt ihr morgen in der RaiTV-App. Wir freuen uns auf einen regen Meinungsaustausch mit euch.